Heute ist es soweit, wir schauen uns die Rennstrecke der Baroness an. Wir sind zum ersten Mal hier bei der Rennstrecke der Baroness angekommen und die Baroness hat jetzt hier eine Aufgabe für uns. Sie hat nämlich erzählt, dass die Arbeiten dort schon seit einiger Zeit ruhen. Einer meiner getreuen Mitarbeiter zur Taric Mood hält sich dort unten auf. Wir hoffen, die Strecke eines Tages fertigstellen zu können. Wir sollen also dorthin reiten und mal so ein bisschen nachgucken, wie so der aktuelle Stand eigentlich ist. Deswegen sehen wir mal hier gerade bei verfügbar, ist das hier so unsere einzige derzeitige Hauptquest, die wir haben. Also wir machen jetzt quasi die Rennstrecke der Baroness, die sich hier oben befindet und die schon sehr, sehr lange. Und die OGs aus Star Stable wissen vielleicht, dass die Rennstrecke schon sehr, 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 sehr lange auf diesem Niveau eigentlich ist, wo sie sich gerade hier befindet, also auf diesem sehr, naja, heruntergekommenen Niveau hier. Das war jetzt schon eine ganze, ganze Weile. Aber jetzt ist es soweit. Wir gucken uns mal das Ganze hier an und schauen mal, dass wir das Ganze hier ein bisschen aufwerten. Übrigens, Fun Fact dazu, auch diese runtergekommene Version wurde geupdatet. Also nicht nur die Version, wie sie davor war. Nein, sondern es wurde auch diese Version geupdatet. Das wird jetzt nämlich diese, naja, Work in Progress Version hier so ein bisschen moderner gestaltet sehen. Guten Tag, ich bin Morde Sir Tarek Morde, um genau zu sein. Okay. Du hast also von der Rennstrecke gehört? Erwähnen sie bloß nicht weiter. Zieh sie dir nun mal an oder besser gesagt, zieh sie dir nicht an. Ist es nicht ein grausiger Anblick? Wenn du nun unbedingt willst, kannst du wohl eine Runde darauf drehen. Jedes Mal, wenn ich an den Zustand dieser Anlage denke, werde ich trauriger. Weißt du was? Probier sie aus und geh zur Baroness und berichte ihr von deinem Eindruck. Wir machen also einmal hier die Rennstrecke der Baroness. Und zwar in diesem her sehr heruntergekommenen Niveau. Dieses Niveau werden wir dann also sehr bald wahrscheinlich nicht mehr haben. Denn natürlich hoffen wir, dass das Ganze hier ausgebaut wird. Dann haben wir jede Menge Sachen hier auf dem Weg stehen. Und auch ein paar Absperr-Sachen. Für was sperren die eigentlich ab? Da ist doch gar nichts. Es sind so komplett random, diese Sachen, die hier im Bereich stehen. Einfach mal so random Hindernisse aufgestellt mit Mülleimern. So, wir machen unsere Runde. Und sind schon... Oh mein Gott, wir müssen zwei Runden machen. Ich habe es verpennt. Oh mein Gott, schaffen wir das jetzt noch? Ffff, bitte. Nein, nein. Oh mein Gott, Tarek. Was hast du nur getan? Ich sterbe. Das war natürlich beabsichtigt. Denn ich wollte diese Rennen, weil sie so toll sind. Und wollte ich sie einfach sehr, sehr gerne ein weiteres Mal machen. Übrigens euch allen, wenn ihr das hier gerade just in time schaut, dann frohe Ostern euch allen. Denn das Ganze hier wird gerade am Ostersonntag aufgenommen. Von daher frohe Ostern euch. Und erfolgreiches Eiersuchen, wenn ihr heute Eier sucht. Auf jeden Fall müssen wir also zwei Runden dieser Strecke. Hatte Tarek nicht gesagt, wir sollen mal eine Runde drehen? Ah, ich weiß ja nicht. Hätte es sich ein bisschen genauer ausdrücken können. Vor allem, wer stellt denn diese Fässer hier so auf? Auf jeden Fall machen wir jetzt unsere zweite Runde. Das waren gar keine zwei Runden. Das waren nur noch fünf Meter. Oh mein Gott, Tarek. Gut. Damit müssen wir jetzt zur Baroness dann. Wir können das Ganze einfach mal beschleunigen. Wir lassen uns abholen. Denn wir sind ja im Moorland stationiert hier. Und nehmen dann einfach den Transporter. Müssten wir dann nicht sogar schneller sein. Wenn wir jetzt aber den Transporter nach Silverglade Landgut nehmen. So. Und schon sind wir nämlich bei der Baroness angekommen. Können jetzt davon berichten, wie wunderbar es doch eigentlich gerade auf der Baroness-Rennstrecke so aussieht. Und dass es, ja, ich glaube, ein bisschen sehr viel Arbeit dort noch benötigt. Übrigens hat der Linda auch noch eine Quest für uns. Aber okay. Die scheint aktuell nicht mal eine Hauptquest zu sein. Wir nehmen die Baroness-Sache an. Wirklich? Du bist über all das Geröll gesprungen? Äh, äh, hm. Ja, das wäre eine Idee. Schön, dass du dich, dass du Ser Mordor begegnet bist. Er macht ein bisschen viel Drama, aber er hat das Herz am rechten Fleck. Und er liebt die Vorstellung einer richtigen Rennstrecke in Silverglade. Wenn du ihn nett bittest, lässt er dich die Strecke sicher noch einmal abreiten. Okay. Da ist sie aber sehr, hm, ja. Wir müssen jetzt auf jeden Fall einige Nebenquests machen. Was hat denn die Baroness noch für eine Nebenquest? Ist das keine Hauptquest mehr? Gut. Wir müssen zurück an die Arbeit. Und dann bekommen wir ja auch neue Hauptquests so langsam. Aber sicher, wenn wir es schaffen, ein Level aufzusteigen. Und dafür ist es natürlich perfekt, dass wir hiermit weitere Erfahrungspunkte bekommen. Wir sind fast nämlich Level up. Judys Analyse ist abgeschlossen. Denn sie hat ja nämlich diese ganzen Sachen hier analysiert, diese ganzen Bodenproben. Dafür müssen wir dann nach Silverglade nochmal rein. Was hat eigentlich Linda hier für eine Quest? Oh, oh, oh. Bist du auf dem Weg zum Reitsportfestival? Ah, die Reitsportfestival-Quest hat die gute Linda für uns. Gut. Ähm, ja. Die machen wir nicht unbedingt, denn der gibt uns gar keine Erfahrungspunkte. Wir müssen jetzt hier nach Silverglade Village. Denn wir müssen da ja auch noch ein bisschen hier vorankommen. Übrigens, ich bin sehr begeistert schon. Dieser Account hat schon ordentlich Schilling. Natürlich auch mit den Codes, die wir jetzt hier haben. Habe ich natürlich auch hier eingelöst. Da gibt es diesem Account hier schon 3500 Star Coins, die der Account hier hat. Also von daher den glücklichen Gewinner von dem Account dann. Aber vorher machen wir erst nochmal die Story weiter. Denn der Plan hiervon ist ja, dass wir die Story spielen. Und ich müsste mal wieder ein paar mehr Folgen hiervon bringen. Dass wir da dann auch schneller vorankommen von der ganzen Situation. Auf jeden Fall geht es jetzt nach Silverglade. Wir schauen uns die Bodenproben an. Damit wir dann von der Hauptquest weitermachen können. Wir brauchen genau 170 Spieler-Erfahrungspunkte. Dann können wir weitermachen. Hier haben wir auch noch eine Quest. Hier ist es bei Big Bonnie. Oder ist es beim Championat? Ich glaube, das ist beim Championat irgendwie. Wir müssen die Bodenproben ja jetzt analysieren. Er sagt, sie sind analysiert und wir holen sie nur ab. Und das müsste hier drinnen sein. Nee. Moment, das war bei der Tierärztin. Ah, okay. Sie hat die Sachen analysiert. Analyse ist abgeschlossen. Und wir kriegen 65 EP. Und wir sollen jetzt zurück die ganzen Sachen bringen auf den Weg zu Judy. Und sollen aber unterwegs auf die GED-Leute aufpassen. Denn ich glaube, die sind nicht so ganz begeistert über diese Analyse, die wir hier gerade bei uns dabei haben. Aber wir müssen zurück zu Judy. Bekommen dafür auch im Übrigen 75 Erfahrungspunkte. Wenn ihr mal auf die ganze Sache schaut, sind wir damit sogar fast Level 7. Es ist super close. Dann sind wir Level 7. Ich weiß gar nicht, ob wir uns hier auch hätten abholen lassen können. Ich weiß gar nicht, kommen hier überhaupt GED-Leute? Das wirkt so... Pass auf die GED-Leute auf, aber dabei kommt gar keiner. Nicht mehr lange. Dann sind wir angekommen. Nee, ich glaube, hier kommt gar keiner. Twilight Mysteries, auch schon Level 5. Und wir kriegen dafür auch ein fancy T-Shirt. Wobei, eigentlich so fancy ist das gar nicht. Es ist einfach nur lila. Und wir sind angekommen beim Silverglade-Landgut. Keine Gefahr auf dem Weg gehabt hier. Und da. So. Quest abgegeben. Mit den Ergebnissen. Wir haben unser T-Shirt bekommen. Oh, oh, oh. Ja, wie soll mir das der Baroness beibringen? Sie wird völlig ausrusten. Wir sollen da zurück auf die Ölfelder, um dort ein paar Proben zu sammeln. Oh, oh, oh. Wir haben hier noch dieses ganz alte UI hier. Wir sollen zu Judy ein paar Ölproben bringen. Aber wir dürfen uns dabei nicht erwischen lassen. Ich finde, das ist noch so schön retro. Hier von Stars, wenn wir das hier. Das ist eine der wenigen Sachen, die noch nicht angepasst wurde von der UI. Also von dem User-Interface. Und wir müssen jetzt hier ein bisschen Öl sammeln und uns dabei bloß nicht erwischen lassen. Hier ist ein bisschen Öl. Wir gehen direkt ans Rohr. So. Mehr als eine Sache haben wir gar nicht gebraucht. Und damit sind wir dann nämlich auch schon wieder ready fürs Weitermachen. Ihr seht das selber. Die Erfahrungspunkte dürften auf jeden Fall reichen. Ich finde es sogar eigentlich recht schade, dass das gar keine Hauptquest ist. Weil eigentlich ist es doch eine Sache, die ich schon für die Welt hier von Stars, der wir schon sehr relevant finde eigentlich. Auf jeden Fall haben wir unsere Ölprobe. Und sind da mittlerweile... Sabine macht mich echt verrückt, wie die hier immer rumläuft. So. Wir sind weiter. Und James hat eine Quest. Er sagt, das ist super wichtig. Eine Katastrophe. Komm schnell. Warum liest du weiter? Das ist ein Notfall. Beeil dich. Oh mein Gott. Wir müssen zurück nach Vorpinta müssen wir jetzt. So richtig weit von hier aus sogar. Wir gucken mal unsere aktuellen Hauptquest an. Die neue Hauptquest ist, wessen Pferd ist das? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Und zwar die Quest beginnt bei Kahn. Das heißt, es geht also an die Sabine-Quest-Line hier. Ich frage mich gerade. Na, Moment, die Hauptquest, wessen Pferd ist das? Ist das gerade die laufende? Beim Silverglade-Pferdesport-Center. Und wir müssen aber aktuell auch noch nach Vorpinta. Moment. Wenn wir laufend haben... Nee, das ist eine Nebenquest. Die Nebenquest bei James. Ansonsten machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal dann auch mit der Kahn-Quest weiter. Wo auch immer Kahn hier steht. Er müsste hier ja irgendwo stehen. Wir können ja mal gucken schon mal. Kahn müsste ja irgendeine dieser... Moment, wir haben auch die Kanta-Ella-Quest, wie wir sehen. Die ist auch verfügbar. Das Film-Casting von Kanta-Ella ist auch eine Questline, die sich auf jeden Fall lohnt. Dann haben wir hier noch ein paar Quests. Aber wo Kahn steht, wir werden das beim nächsten Mal sehen. Aber wir gehen noch zu James. Ich habe nämlich wirklich gar keine Ahnung mehr, was James eigentlich für eine Aufgabe jetzt noch für uns hatte. Mal gucken. Ich weiß es wirklich tatsächlich nicht mehr, was James für uns hatte hier als Aufgabe. Komm schnell. Warum hast du so lange gebraucht, um herzukommen? Alles hier... Äh... Oder zumindest mein Geschäft gehen so in Grund und Boden und du trötest hier einfach rum. Für dich gibt es kein Trinkgeld. Was? Ah, hier haben wir diese ganzen Sachen jetzt bei James. Denn der Südhof-Landturm ist erloschen. Die Reise der Token und die Speicherkarten-Questline haben wir hier, die jetzt bei James verfügbar sind. Aber tatsächlich geht es beim nächsten Mal um das mysteriöse Pferd. Um Kahn. Also um Sabines Pferd. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.